Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Zemmleis und Die. Hier müssen wir gleich unser Haus reparieren. Wir haben ja ein bisschen Besuch gehabt gerade. Das heißt, wir brauchen jetzt Material. Zwar Steine bzw. Beton. Wir machen gleich Beton. Den haben wir da. Leidert rein hier und dann Beton hier auch gleich. So, dann müssen wir da immer zurecht. Steine, Kies, Zement. Dann haben wir hier sicherlich Zement fertig gemacht. Dann war es nebenan. Die sind natürlich geschossen. Die würden natürlich unsere Basis möglichst sicher machen. Dann sitzt hier auch nichts. Und dazu gehört am besten, dass wir Beton nehmen. Das ist der Mischer. Das ist der Mischer. Ich sehe gerade, wie ich ihn besucht. Das heißt, wir müssen gleich mal agieren. Verstecken können wir sowieso nicht. Die sind so machtlos ausführungszeichen. Ich weiß ja nicht genau, wo sie hinkommen, wo sie hinwollen. Am meisten gehen sie mit dahin, wo sie immer schon mal drin waren. Das ist der Mischer. Das ist der Mischung. Das ist der Mischung. Das ist der Mischung. Gut. Im Moment. Erstmal zu. Ja wir müssen hier vorne auch noch Fettzeichen bauen, das ist ja auch nix. Das ist typisch. Dann gehen wir nach oben, da haben wir einen guten Rumpenblick. Die Freierinnen wieder. 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 Und da ist alles offen wieder. Das muss zugemacht werden. Und wenn das zuge ist, dann haben wir auch eine Weile Ruhe. Die Oben geht ja gleich weg. Die Oben geht ja gleich weg normalerweise. Die Oben geht ja gleich weg normalerweise. Aber. die Oben geht ja. Der Leipzig-Betong. Die Oben geht ja weg. Die Oben geht ja weg. Das ist doch gar nicht. Dann kommen die mit Lappwerk hier. Natürlich müssen wir mal auserten, ne. Zement und gleich Beton machen. Und dann gehen wir in den Keller und machen ein bisschen Erz. Dann auch schonmal so hier reinlegen, das ist dann... Schauen wir mal, die Arösel haben wir in der Braga gehabt, ein Rest Schießpulver. Oh, das dauert noch eine Weide. Die können wir eigentlich herstellen, glaube ich. Wir backen mal Kuchen. Wir stellen uns nur zwei Stück und dann gehen wir in den Keller. Und schauen wir mal, da wir ein bisschen Erz bekommen, die wir Stahldinger herstellen können und dann entsprechend gleich entbehren. Die Süßen können da oben rein. Das geht eh zum Beton und Zement. Kann da auch rein. Malzmehl kommt in die Nahrungskiste. Das Maiskolben auch. Oh, das war nicht gut. Das ist vielweise Blödsinn. Rezepte. Malzmehl. Ne, das richtige. Rezepte. Lohacreme. Lohacreme. Malzmehl. 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 Malzmehl, das ist ja alles. Malzmehl, das ist ja das Maximum kriegen, ne. So, jetzt gehen wir in den Keller. Die Eisen-Teile nehmen wir zurück. Da wollten sie auch ran. wie gesagt die scheine sind nicht so so perfekt also die sind wie soll ich sagen die könnten nicht so viel ab neben können wir einschmeißen das übrigens auch dann ist es also stunde das heißt auf die deutsche müssen wieder los und mächtige suchen das ist eine schlimme aufgabe was kann ich hier rein machen da ist schon was drin dann ziehen ne ja und hüttet Luft so was haben wir hier schönes Stahl Eisenrohr brauchen wir welcher Ding da haben wir so viele zur Zeit und so wie in die Sammeln ne so wir gehen keller und bauen das mal und jetzt hoffe dass wir nur eine Ruhe haben aber jetzt kommt die nacht ja wird auswerten so hat 1005 und so hat es nach 5000 ne 5000 genau schon wieder Besuch und oh ist ja schlimm haben wir verbrochen und soviel einmal kommen heute kommt so nix also was wir brauchen ist ein balkon wo wir links rumlaufen können und in der mitte einen bereich mit gitter um runterschießen können das wäre glaube ich hilfreich dann haben wir eine weile ruhe denke ich mal jetzt werde geräumt dann können wir es aufnehmen dann sonst kommen die Zaunmise mal kaputt wenn sie mal kommen denn hier muss komplett von da angefangen deckig gemacht werden Beton bis hier ran das muss normalerweise alles weg und hier auch das von oben muss man sichern dann können wir oben nämlich freigraben so hier haben wir ein bisschen dürfte ich Licht da können wir hier mal eine weg nehmen nehmen wir hier eine raus das ist ja unser Gang zum Blei später mal die Fackel finde ich jetzt nicht gut okay die haben schon runtergearbeitet so man sieht wie lange wir arbeiten können wir müssen ja was tun sonst können wir nicht wieder runter kann man gleich reparieren oder machen wir später mal sonst haben wir ja wer zeigt noch was so jetzt bin ich zweimal um die Uhr jetzt ist er bremzig wir müssen die alten Dinge herstellen damit wir ringsherum uns mit aufklössern können damit wir halt nicht ans Gebäude kommen dann müssen wir halt nicht ans Gebäude kommen ich wollte mal gucken was ich aufwerten kann ich habe ja zwei punkte ich habe ja hier schon was gemacht das war hier so nicht dauernd schlecht wird aber ich weiß nicht genau ob das hilft so dann wollte ich noch Dinge machen Intelligenz Smart bringt das keine Ahnung gibt es so viele zu machen aber Pistole ja Lockpicking also das traut nicht unbedingt das ist Farm Landwirtschaft können wir noch nicht machen das Geldfahre Bild das ist mir zur Zeit noch nicht so ganz rüssig Master Chief na gut essen sind wir knapp ne probier mal ob das so ein Sinn gegeben hat oder nicht weiß ich nicht Steine haben wir schon ein bisschen zusammen dann hast du es gestellt mit den Helmen werden die Fläche mit Licht aber leider sehr so schlecht ich sehe nichts meine Fackel wird dich daran holen hier bauen wir hier wohin da ran irgendwie die haben wir aber nicht erst mal ja da oder da da ist Kohle gut das besser sehen wir schon also Kohle brauchen wir zwar auch aber vorliegen Metall natürlich auch Sand aber Kohle ist auch nicht perfekt Munition oder Supercook stellen wir gerade her 2 Kammesstück maler klein arbeiten wir runter ziehen wir auf die Ebene lang hier durch bei der anderen Mine Durst Grafikfehler ziehen wir die durch hier rein da ist unsere Aufstiegshilfe hier ist Kohle können wir die Treppe erweitern und tiefer gehen hier ist nicht mehr so viel Kohle, Kohle, Kohle da ohne sehr viel Zeit wir müssen uns gleich absechern und dann noch mehr entsprechend dafür sorgen dass wir es haben da geht es zum Aufstieg, da wollen wir mal gucken, ob wir nicht mehr verboten sind wenn ich wieder rauskomme das Grüne gefällt mir nicht, da wird grüne gefällt mir nicht, da wird ich Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Nein. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.